Wir haben uns entschieden, dass wir mit der Stiftung vier Themenfelder begleiten wollen. Diese vier Themenfelder sollen alle einen Bezug zur KfW haben und diese Themenfelder sollen alle das Thema Verantwortung unterstreichen. Das erste Themenfeld ist Kunst und Kultur. Das zweite Thema, wo wir auch schon etwas weiter sind, ist Umwelt und Klima. Dann haben wir das Thema verantwortliches Unternehmertum. Wir sind nun eine Bank, die sehr stark sich die Förderung des Mittelstandes und der Gründer zum Ziel gesetzt hat. Und das vierte schließlich ist eine etwas allgemeine Umschreibung der sozialen Verantwortung. Und hier geht es wirklich um die Unterstützung von Gruppen, von Aktivitäten, die der Integration in unsere Gesellschaft tun. Und hier geht es mit einem großen Einfluss. Und hier geht es mit dem basement. Und hier geht es mit dem kleinen Einfluss. Das zweite Thema ist die Unterstützung von Intense. Und hier geht es mit den으로en Wertschätten. Und hier geht es mit dem nesse guten Punkt. Untertitelung des ZDF, 2020